Moin moin meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von South Park's The Stick of Truth Entschuldigung, man hat es gerade höchstwahrscheinlich wieder gehört Blaue Farbe und Geld Kraig, Kraig, das ist die Entschuldigung, okay? Stopp looking at your watch, because you're here for three hours, buddy, okay? Whatever Now, don't think your friends are gonna come bust you out this time, Kraig My name is Feldbar, and I'm a level 60, and the humans will soon rescue me from this house No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in die Entschuldigung Start doing your homework, I'm good, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime Nobody's gonna save your ass to die, Kraig, okay? Okay Okay Dann ziehen wir doch ihn hier mal so ein kleines bisschen ab Bam Hm 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 Ach ja. Ist das nicht schön? Nein, aber wir ziehen uns jetzt mal hier in eine Apfelschorle rein, damit wir ein bisschen Magie haben. Oh, das werde ich gleich machen. Erstmal werden wir ihn wieder mal abziehen, diesen Rotschopf. Brauchen wir eigentlich noch gar nicht die Magie, weil... Butters macht den Rest. Oh, Büschel, rote Schammer, Manni, Flasche mit Sonnencreme, zwei Haarbleistift. Oh, wieder jede Menge Sachen zum Verkaufen. Ach ja. Da ist es verriegelt, also das heißt... Das heißt, wir müssen hier durch. Hm. Hm. Neue Nachricht von Mr. Kim. Wenn du meine Hilfe blaust, luft mich an. Ich werde über deine Feinde kommen wie Smog übers Shanghai. Hehehe. Oh mein Gott, ey, ist das cute. Mana Trank. Was geschah mit meiner Schule? Textmarker. Gelbe Perücke. Davor haben wir die vom Gang auf Sicht. Ja. 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 Nein, hier geht es nicht so weiter. Besorge den Messingschlüssel. Oh, der kommt aus. Ja. Töne Nachricht. Ja. 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 Neue Nachricht. Ja. Ja. Ja, ich bin. Das ist so toll. Wir gehen jetzt erstmal hier reingucken, was haben wir denn hier? Geld heiler! Na ansonsten ist hier nichts mehr. Da habe ich leider Müll gebaut. Das ist so toll. So, da ist wer angewidert. Fähigkeit. Nein! Okay. Wir ziehen den Rotschopf hier hinten ab. Wir ziehen den Rotschopf. Wir ziehen den Rotschopf. Wir ziehen den Rotschopf. Angriff wird verringert. Und das war's mit den Rotschöpfen. Perfektor. Wir ziehen den Rotschopf. Wir ziehen den Rotschopf. Okay. Ach ja, Kenny ist auch wieder da. Oh. Ein Babyföten. Wir ziehen den Rotschopf. Und... Und... Aber jetzt holen wir aber erstmal wieder Butters in die Gruppe. Ne, werden wir nämlich jetzt gleich brauchen, Glasscherbe erhalten. Ach ja. Ah. Okay, hier haben wir noch einen Roadjob, den wir auch noch beteiligen können. Wir müssen hier runter ins Basement. Ne, da kommen wir noch nicht hin. Hm? Hm? Hm. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ein bisschen schneller machen. Aber das meine lieben Freunde, sehen wir erst im nächsten Part. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.